Die Ausstellung im Museumspavillon wird den Titel haben Afterglow und Afterglow wird einer der drei Räume heißen. Es wird den Raum Air, Afterglow und Revue geben. Afterglow ist die Serie von Collagen, die ich seit 2012 anfertige. Aber in der Serie Afterglow habe ich mir wirklich Zeitschriften, schöner Wohnen Zeitschriften, die ich gefunden habe, genommen und die zum Ausgangspunkt gemacht für eine Erzählung, eine fiktive Erzählung über Menschen, die es nicht mehr gibt, über Räume und Atmosphären, die mich anziehen und zu dem Thema Erinnerung auch für mich wesentlich sind. Und ich habe eigentlich in all meinen Arbeiten früher auch als Bühnenbilderin immer mit Dingen gearbeitet, die andere eigentlich weggeworfen haben und die ich noch einmal gerettet habe. Also ich habe irgendwie so ein zärtliches Gefühl für die Dinge, die jemand nicht mehr haben will. Und da beginnt jetzt auch die Verbindung zum Titel Afterglow. Früher, als ich noch Kind war, gab es diese Röhrenbildschirme. Und wenn aber der Apparat abgeschalten wurde, gab es so ein weißes Nachflimmen. Das ist sozusagen ein wahnsinnig schöner Titel, dieses Nachglühen und dieses Man war im Kino, man hat etwas gesehen und es arbeiten die Bilder noch weiter. Oder es entsteht ein eigener, neuer Film. Diese Bilder, die habe ich mit ganz einfachen Mitteln bemalt, mit Wasserfarbe, Deckweiß oder ich habe zum Beispiel aus anderen Arbeiten aus der Serie The World of Interiors kopiert. Dann hat das Ganze so einen durchsichtigen Charakter bekommen und etwas geisterhaftes. Es geht eigentlich um Wohngeister und es sind wie Schutzgeister. Es sind gute Geister, es sind keine Geister, die uns Angst machen würden. Der erste Raum R, der greift eigentlich das Material Filz auf. Dieser Filz hat mir so gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, der Filz schluckte die Geräusche und so sind auch die Geister, die machen natürlich auch alle keine Geräusche. Und da habe ich dann für mich auch ein gänzlich neues Verfahren gewählt. Ich habe Pastellkreiden gekauft, weil die eigentlich so eine staubige Substanz haben und habe geschaut, was passiert, wenn ich diese Pastellkreiden in den Filz hineinarbeite, also hineinreibe oder mit schneller Hand das zeichne. Und es ist fast wie musikalisches Dirigieren von Pastellkreiden, die dann etwas Abstraktes aufleben lassen. Und das ist aber für mich auch wieder so etwas Geisterhaftes. Im dritten Raum, der Raum heißt Revue, werde ich auch etwas zeigen, was ich auch völlig neu für mich entwickelt habe. Und zwar wird es sein Ölbilder auf Holz, also Öl auf Holz und Plastilin. Es wirkt so billig, aber es ist ein wahnsinnig tolles Material. Und das, was mir so gut gefällt daran, das ist, dass das Plastilin die Ölfarbe noch einmal so akzentuiert und so zum Leuchten bringt. Das sind die Leuchtpunkte. Und gleichzeitig ist es so, dass man sich fragt, ja wieso taucht jetzt Plastilin auf? Darf man das überhaupt? Das finde ich auch immer reizvoll. Wenn es so ein Moment gibt, wo man irgendwie ein bisschen irritieren kann oder einen neuen Blick auf Dinge lenken kann. So Revue deswegen eigentlich, weil Revue, das ist ja so wiedergesehen, glaube ich, aus dem Französischen. Und früher war ich auch sehr fasziniert von diesen Fernsehshows, wo es so Treppen gab, wo die Sängerinnen und Darsteller runterkamen oder das Fernsehballett. Ich finde, das ist so aus einer Zeit, wo es noch eine Perspektive in die Zukunft gab, die noch nicht so gestört war. Es war sozusagen die Zeit, es wird einmal alles besser werden. Also so diese Nachkriegszeit. Aber ich möchte jetzt nicht mit meiner Arbeit zu sehr den Anschein erwirken, dass das alles so noch rückwärts gewandt ist. Ich verstehe es eher als als Kommentar auch zur Gegenwart. Für mich ist es lustvoll eigentlich.